so zack zack und dann machen wir das gleiche auch hier ich hab jetzt halt wirklich angst dass einfach ein skelett aus dem nichts kommt und mich runterschießt und ich sterbe das wäre ein leichter tilder nein das war nicht was ich wollte schaut das aus ich müsste jetzt das von unten mir einmal angucken bis dann auch mal weg mal früh ist ein endgame dann auch den angebende nacht und asratus vielen dank für den follow asratus nicht hier auf die ebene so schaut das aus ja ich bin mir unsicher hallo mir unsicher ich glaube was ich machen sollte ist dass ich da nochmal um einen block abstand mache ich meine dadurch dass ich hier das ach so da habe ich das auch ein bisschen anders gemacht da bin ich halt quasi bis zur kante gegangen mit denen und habe dann kein kram zwischengestellt sondern die machen wir das erst mal anders und wenn ich werde ich halt die treppe um einen weiter nach außen hinsetzen ich bin einmal hoch so das wäre das ist genau kommt das einmal alles weg so dann brauche ich trotzdem noch mal ich hole mir die workbench einmal hoch und dann geht das ein bisschen einfacher da muss ja nicht ständig immer die eine etage runterlaufen so haben wir da ein paar schlabos ist da dran dann habe ich hier oben das so gemacht so dann schauen wir jetzt mal von unten dran wie das ausschaut ich muss ja ästhetisch hübsch ausschauen wofür hast du eine burg wenn ich damit sie gut ausschaut ich glaube ich gehe mal da hoch dann habe ich ein bisschen besseres sichtfeld es geht also zum einen ist der block dann noch falsch der ist nämlich zur kurve gemacht aber ich glaube das geht aber ich glaube ich werde trotzdem trotz alledem noch mal einen einzelabstand machen dazu ich glaube das schaut dann besser aus achso jetzt brennen die skelette einfach weil das halt so ein breiter turm ist weil das ein breiter turm ist der ist breit der hat ein bisschen was getrunken so dann vorsichtig den schmuh wieder aufnehmen und dann jetzt hoffen dass zumindest oh gott oh gott hat es kurz geleckt nun denn äh ja das macht ja keinen unterschied also die die holzkram kann ich da einfach problem frei lassen so dann machen wir das so ist die kurve mit ein also die umschließen da die kurve mit ich glaube das kann ich ja auch einfach machen ganz vorsichtig einmal drumherum ja doch das passt behaupte ich äh nein falsch so das würde ich machen ich brauche nicht noch mehr Falltüren fürs erste noch nicht also ich werde sie brauchen versteht mich nicht falsch ähm so zack äh okay zack 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 das ist schon fast zacken dusch der alles gut und dann jetzt hier einmal eins zwei drei eins zwei drei Ach gut Ich freue mich drauf, dass ich jetzt endlich mal Einen der Türme wieder weitermache Ich meine es hat nur Wie lange ist es jetzt seit dem letzten Turm, den ich gebastelt habe Bestimmt ein bisschen was Du verziehst mich jetzt auch mal Was? Du verziehst dich jetzt auch mal Dann auch dir Eine angenehme Nacht, Shaki Und auch an dich vielen lieben Dank, dass du dabei warst So Haben wir das, dann Schau ich mal, ob ich ein paar von den Treppen Wieder hochholen kann, oi, das ist so ein weiter Weg Ne Wir bauen einfach neue Ich bin nicht faul, ihr seid faul So So, wunderbar Ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass Ein Block einfach instant verschwindet und ich deswegen In den Tod stürze So Eins, zwei, drei, vier, fünf Fünf, sechs, sieben Acht, neun, zehn F Ist aber auch ein großer Turm Hilfe, ich habe eine Äh, was? Ich habe eine Neas in meinen Haaren Was ist eine Neas? Was? Habe ich irgendwas gesagt? Wer ist jetzt Harron? Dann würde ich vermuten wollen, dass eine Neas deine Mutter ist Perfekt So, nochmal ein Brot hinterher essen Jetzt die Frage Ich könnte natürlich Ähm Was ich gerne machen würde Das finde ich immer noch ein bisschen schade An Minecraft Aber gut, das ist halt das Spiel an sich Ich würde jetzt ganz gerne einen Half Slap hier draufsetzen Und darauf die Äh Stairs Aber ich glaube nicht, dass das geht Also ich weiß, dass es nicht geht So Ich könnte Trotz alledem Ne, ich mache das mal so Wirklich Also ich kopiere das einfach von dem Turm da hinten So Zack Zack Ich setze die Frage, ob das so funktioniert Ne? Äh Bop, 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 bop Und hier einmal Nachahmen Achso, ich wollte hier oben so eine Art Katapult draufsetzen Äh Frage ist wie Wie das Ding ausschauen soll Oder eine Art Halt irgendwie eine Fernkampfwaffe Ähm Oh Mist Also Erstens eine Nase, keine Nerse Und zweitens meinte Ich habe Haare in meiner Nase Ah Äh Mist Ah, ich wusste es Äh Das ist der Moment, wenn Kram nicht aufgeht Okay Du bist der Mittelpunkt Das heißt Du bist der Übeltäter So Äh Nein Kein Fackel So Ich kann das so machen Das geht eigentlich Ja doch, das geht Dann stellen wir hier In der Mitte von dem Kram Das so hin Es ist halt wirklich viel Platz So Bop Bop Hm Aber irgendwie habe ich nicht viele Stufen Bauer doch eine TNT Kanone Auf den Turm Ja sowas ähnliches Hatte ich mir gedacht Ähm Zum einen müsste ich da Ein bisschen Nochmal schauen Wie die Designs Dazu waren Und zum anderen Bin ich mir unsicher Ob ich quasi Mehrere Kanonen haben möchte Quasi in die Die und Oder halt nur in die Beinrichtung Ähm Weil quasi nach innen Muss man selten schießen Zumal das auch überschießen Wäre Und hier triffst du halt Quasi auch nur Eigene Mauer Hm Dementsprechend gucken Oder dass ich halt Äh Einfach so Ähm Ups Das ist jetzt komplett falsch Äh Eine Kanone Im Design Nachbaue Dass ich keine Keine funktionale Kanone haben möchte Sondern einfach Dass das hübsch ausschaut Außer jetzt mit der 1.14 Kam irgendwas dazu Aber bei der 1.14 Muss ich die Patchnotes lesen Bin ich noch immer ein bisschen Äh Angefuttert Weil ich Äh Nicht mitbekommen hab Dass die heute Oder dass die released wurde Aber da bin ich selber schuld Na rumschwärmen Und dann nicht aufpassen Das ist Das sind mir die Liebsten So Aber das ist wirklich Eine Menge Platz Hm So Da drüben ist aber auch Kein Licht Äh Ich könnte Ich weiß was ich tue Oder ich weiß was ich tun werde Für das Licht Und zwar Brauche ich Dafür Äh Cobblestone Stonebricks Und Closedstone Lampen Sowie Nachtlichtsensoren Genau Das so hieß das Ding Dann stelle ich erstmal Da oben auch Licht hin Damit mir da nichts böses Drauf spawnt So Bob 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 Ich hab ja hier schön in der Mitte Den äh Klotz Den ich nicht gebrauchen kann Dann setze ich da einfach Ähm Obst Falsch Richtung Äh Einbräuchte ich Dann schauen wir mal hier Wie viel ich hier Mindestens bräuchte Um das zu erhellen Oder hell genug zu machen Also bei mir legt die 1,14 massiv Alle 30 Sekunden anständlich ist bei mir leider unspielbar Oh Dann gucke ich mal Ob das bei mir auch so schlimm wäre So Ich Hm So in die Mitte kommt auf jeden Fall erstmal Eine Lampe Ist dann natürlich die Frage Hm Möchte ich die in die Ecken auch noch stellen Dass ich quasi da Dass ich hier 1,2,3,4,5 Lampen drauf hab Ich schaue es mir erstmal an Ich schaue es mal So dann bräuchte ich 6 Lampen Ich bin noch nicht tief genug Möhm Vorerst gehen wir aber mal schlafen Da jetzt gerade Nacht wird Ne Ich bin alleine genau So Der Turm ist auch nur minimal Den Turm habe ich vielleicht auch ein bisschen zu klein gemacht Irgendwann Wenn die sich diagonal verbinden können Dann ist mein Traum wahr Lebe deinen Traum Denn er wird wahr Geht ein Weg Oh Ich habe doch noch mehr als genug Zeit Um Zum nächstbesten Bett zu gehen Äh Falsch Ist mir irgendwie Schilder oder sowas Jetzt sind Damit ich weiß wo ich bin Hier So Durch den Abgeholzten Wald Und da muss ich halt auch nochmal irgendwann Ich weiß halt noch immer nicht Aus welchen Materialen Ich das machen werde Höchstwahrscheinlich werde ich Cleanstone verwenden Und ich glaube dann auch Irgendwie Granit Und Andesit und sowas Aber dafür müsste ich das Erstmal Endlich mal holen In dieser Welt Ähm Noch immer nicht dunkel genug Dann gehen wir nochmal Eine Etage runter Da unten haben wir nämlich Noch ein drittiges Bett Mehr Bettchen für alle So Hup Da habe ich schon meinen Fahrstuhl Okay Das schaut jetzt ja danach aus Dass es gerade dunkel wird Ah Aber die Laternen sind noch nicht angegangen Oh Jetzt sind sie angegangen Das war der Lag So ja Die Laternen sind an Es ist dunkel Spiel Please Warum die Fledermaus jetzt war Jetzt Jetzt Haha Erster Versuch Was habe ich behauptet Sechs Redstone Lampen Irgendwie habe ich das Gefühl Dass die Redstone Lampen Äh Das Spiel dann doch immer mal wieder zum Laggen bringen So Und Stone Brick Oh Stone Brick kann ich mir genug machen Da wäre weniger ein Problem Und halt Äh Sechs Tageslicht Sensoren Hm Aber auch Die Tageslicht Sensoren Dürfen keine Probleme sein Als ich nun einmal mit der 1.14 Erstellt hatte Gingen ist die ersten paar Minuten Einigermaßen Dann fing es an zu regnen Und dann begann es zu laggen Bei anderen bereits existierende Webselectes Von Anfang an Und seitdem lag das immer und überall Äh Okay Dann ist es gut Dass ich heute wirklich nicht Hals über Kopf Versucht hab Ähm So genau Das reicht Äh Hals über Kopf Versucht hab Ähm Ist das Netherrack Okay Meine Netherrack Netherr 1,2,3,4,5,6 Meine Netherrack Kiste ist leer 1,2,3,4,5,6 Was sind das für ein Spielzeug Achso das ist einfach nur Ah Kenn ich Oh ich hab sogar 6 Äh 9 TNT Hm Na dass ich nicht Hals über Kopf Versucht hab auf 1.14 Zu patchen Dann mach ich mir doch Lieber ein Backup Von der Welt Und schau Ob dann alles Okay ist Es kann ja natürlich Einfach sein Dass jetzt Äh Über die nächsten paar Wochen Die 1 Äh 1.14.1 Und 1.14.2 Bekommen Na wenn da wirklich Performance Probleme sind Für alle Ähm Dass die dann Ausgebügelt werden Was schön wäre Wobei Wir hören Nicht unbedingt Na Sind nicht unbedingt Dafür bekannt Äh Super toll Mit dem Bugfixen hinterher zu sein Zumindest Waren sie es früher nicht Vielleicht haben sie sich gebessert Seitdem sie von Microsoft Aufgekauft wurden Das kann ich nicht beurteilen Upsa Nur die 1.14.2 Sollte es auf jeden Fall Backup machen Genau Ja Ich meine das ist Äh Das kann ich wirklich nur jedem Immer empfehlen Wenn ihr irgendwas Testen möchtet Oder Äh Auch eine neue Version Portieren möchtet Einfach vorher ein Backup machen Und dann seid ihr glücklich Weil es wird nicht funktionieren Äh Software wurde nie dafür Designed Beim ersten Versuch Zu funktionieren So P-p-p-p-p Äh Zuallererst einmal Zack Dann 1 Nein 2 Äh Kann nicht Ne Ich muss hier Auf jeden Fall Zack Zack Dann Äh Die Redstone Lampe Dann Nein Ich Egal Tageslichtsensor Den umstellen Dass er Nachtsensor wird Und was ich jetzt mache Das wird gleich Äh Magie genannt Und ist Eigentlich Äh Schummeln Aber hey Äh So Zack 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 Nehmen wir das einfach Alle Ne Alle Fackeln erstmal mitnehmen Und dann schaue ich mal gleich Ob Sollte ich auf Nacht stellen Ob da oben noch immer Monsters spawnen Das wäre halt ideal Wenn dem nicht so wäre Äh Dann müsste ich nicht noch mehr Äh Licht hinstellen Und wenn doch Dann ist halt doof Dann brauche ich halt noch mehr Licht da oben So ich hab Ich mein Ich hab das extra schon zwei hochgestellt Ich seh das von hier aus Nicht Natürlich nicht Weil das der höchste Turm ist Den ich habe Äh So Und Das war Komplett falsch Zack Zack Ich behaupte Dass das jetzt hell genug wäre Das müsste auf jeden Fall hell genug sein So Dann nutzen wir mal Trick 17 Zack Night So Das hat es jetzt überall mit Club gemacht Äh Dabei hatte ich mich so auf die Neuen Sachen in 1.14 Gefreund Besonders die neuen Buchständer Die haben so schön in meine Schlossbibliothek gepasst Ja ich lese mir nachher mal die Patch Notes durch Damit ich weiß Ähm Also das scheint hier auf jeden Fall hell genug zu sein Damit ich auf jeden Fall weiß Äh Was alles neu dazu kommt So und ich warte jetzt ein bisschen Und dann gehe ich da gleich einfach mal um Gucken Wenn da Monster sind Dann ist halt doof Dann wäre wirklich Dann wäre das wirklich doof Dann da hinten spawnt aber nichts drauf Da spawnt auch nichts Ne den Tour muss ich eh eh nochmal machen Ähm Dann muss ich dann auch Ich glaube auf dem Tour mache ich dann Ähnlich wie bei denen So ein So ein Dach drauf Dass wir quasi zwei verschiedene Dächer haben Einmal für die runden Türme Diese Art von Dach Und für die eckigen Türme Dieses Art von Dach Äh was Dieses Diese Art von Dach So ich glaube jetzt habe ich lang genug gewartet Da unten sind auf jeden Fall ein paar Monster gespawnt Jetzt schauen wir mal nach da oben In der Hoffnung dass da nichts gespawnt ist Und wenn doch ist doof Aber ich behaupte mal Dass hier einfach alles Gechillt ist Mein Papagei Meckert zumindest noch nicht Es könnte Konnte ich nicht hier irgendwie Sehen Äh Das ist Ein Schauspieler Konnte ich nicht irgendwo Oder was war Licht Licht 15 Aha 15 sky 8 9 Ich habe keine Ahnung was mir das sagen soll Soll mir das sagen dass hier das Licht Level 1 ist Ich verstehe es nicht ganz Äh 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 Ich glaube hat irgendein Kann man sich das ansehen Ich F3 und Q Okay Äh Gut mein Mein Q funktioniert nicht so wie er möchte Warte ich kann doch hier bestimmt unter Controls Oh Gott Ich muss erstmal die Sprache Auf was verständliches umstellen Äh Ne nicht Deutsch Nehmen wir mal das gute alte United Kingdom English Damit ich verstehe was mir da gesagt wird Ähm Controls Da Strafe Da haben wir auch Blödsinn gemacht Äh Tab Enter Take Screenshot Toggle Fullscreen Toggle Fullscreen Zoom Highlights Players Ja Nee Goddammit Okay ich behaupte dass es Ups Ich behaupte dass es äh So richtig ist So und dann stellen wir wieder um auf Noucat Wobei ich kann auch einfach Kommen So Geben wir mal ganz kurz Ja mach mal hier Quatsch Äh So Zack Und dann machen wir das einfach so Dann ist ja genug Aber das kam durch ne Mod kann auch sein Ich glaube es war ne Mod Aber ich mach einfach so Jetzt bin ich faul Ich glaube wenn ich die nicht so auf nen Dings hoch stelle Äh Äh ist es auch Besser wenn die halt nicht in der Mitte sind So Wunderbärchen Damit haben wir uns darum gekümmert Dann kann ich auch mal ganz kurz wieder äh Äh Time Shade Jetzt Nachdem das richtig gestellt wurde Gut äh Dann räume ich jetzt mein Inventar nochmal ganz kurz alles weg Und dann würde ich auch den Stream beenden Weil ich bin jetzt vier Stunden dabei Ähm Ey Knochen Die kann ich immer gebrauchen Äh Was ja grundlegend nicht mal Allzu schlimm ist Aber es ist dann halt doch schon ein bisschen spät Nicht Oh noch mehr Knochen Die kann ich wirklich alle gebrauchen Habe ich kann Habe ich kann Warum macht mein 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 Wo ist mein Vogel Ach da ist der Creeper Den mein Vogel angekündigt hat Oh Bei viel Razzon Werfern uns weiterleggt zu öfter Ja Ja Das glaube ich Ach die Nacht ist doch noch jung Ja Nee Ich muss leider Äh Heute Kann ich schon sagen Heute Morgen Um Äh 8 Uhr Wieder aus dem Bett Beziehungsweise Eigentlich muss ich um 8 Uhr Schon los Ne Um Betten muss ich Äh Aus dem Bett muss ich So gegen 7 sein So an der Muku vorbei Ich liebe es wie mir der Vogel Einfach immer die Gesamtzeit Hinterher teleportiert Also Ah gut Dann mache ich einmal Jetzt bin ich neben dir Warte noch drei Minuten Dann ist der Tag wieder Ja Vielleicht Vielleicht gibt es Äh So wunderbar Hallo Ach jetzt Bellt mein Papagei Jetzt hat er die ganzen Den ganzen Doofen Kram Auch drin So Kann ich dir Bist du okay Bist du okay Bist du okay bei dir Papagei So Jetzt Ja guck mal Hübsch Süß Knuffig Hat er seine eigene Stange Und er wird auf ewig chillen Hatte ich nicht noch einen drin Papageien Was der Papagei bellt Ja der hat meinen Hund Gerade imitiert Ich meine ich habe ja noch Einen zweiten Papageien Der ist Ähm Ja im neuen Gebiet Wobei das neue Gebiet Muss ich irgendwann Äh ins Äh Alte neue Gebiet Umbenennen Ich dachte schon Die Katze hat eine Fremdsprache Gelehrt Und Bät jetzt Ja hoffentlich nicht Wenn die sich verständigen Dann wissen die Unten Dass ich keinen von denen Fütter So Das da rein Ich verwandle das einfach mal So Dann muss ich das nicht Irgendwo anders hinlegen Ähm Monster Kram Wo oben So Ach nee Du Ist kein Monster Kram Sondern Äh Werkzeug Genau Und das Holz kann ich eigentlich Im Inventar behalten Da So Mh Und hier kann ich ruhig Den Oakwood Kram reinsetzen Ist voll Oakwood Genau Mh Ne Und dann ja Wir haben knapp vier Stunden Stream Jo Ist doch gut Dann fühlt sich keiner mehr nachbeteiligt Äh Mehr benachteiligt Äh Ja Nee Ne Aber Dann würde ich jetzt Das hier sein lassen Dann gibt es nächsten Mittwoch Hoffentlich die 1.14 Dann Ähm Werden wir In die Richtung In die Richtung In die Richtung Ganz weit laufen Bis wir irgendwann In ein neues Biom kommen Was ich cool finde Ähm Ich weiß nicht wie weit ich in die Richtung laufen muss Ich bin irgendwann mal im LP Damals noch In die Richtung gelaufen Um mir neues Gebiet zu generieren Also es kann ruhig länger dauern Dass wir laufen werden Insbesondere weil ich Weiß ich nicht inwieweit Andere Spieler hier noch Ähm In die Richtung gelaufen sind Aber Wird dann Problem fürs nächste Mal Ich glaube wir werden auf jeden Fall Auf ein oder zwei Äh Toastscheiben der Welt treffen Ach ist das jetzt nicht der Ist die 1.14 nicht der Warte Das muss ich schnell ausprobieren Ist die 1.14 nicht Ach ich kann es nicht ausprobieren Äh Bin doof Ich bin auf der 1.13 Ähm Der Patch gewesen Wo alle Steinarten Jetzt Stufen und Treppen Und all sowas bekommen haben Oh hoffentlich Das wäre super Dann kann ich endlich meinen Äh Zaubererturm zu Ende bauen Nun gut Nun Knut Ja Dann würde ich das hier Äh Sein lassen Nächsten Mittwoch geht es dann weiter Mit dem Minecraft Mittwoch Ja Einmal go No Dann Ja Dann Ja Dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020